Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute geht es um die Tinte Writer's Blood von Diamine. Ob die Tinte auch was für dich ist, siehst du in diesem Review. Also, bleib dran. Bis gleich. Den heutigen Test führe ich mit Papieren von Rodia, Tomoyo River Papier, Oxford Optic Paper, Leuchtturm 1914 und mein aktuelles Druckerpapier durch. Getestet wird die Tinte mit Füllern von Caveco und Online. Für den Test habe ich mir hier die Tinte in einer 30ml Kunststoffflasche gekauft. Die Tinte gibt es aber auch in einer 80ml Glasflasche. Die 30ml kosten rund 4 Euro und die 80ml kosten rund 10 Euro. Hier auf der Kunststoffflasche sieht man, dass die Firma Diamine erst mal aus Großbritannien kommt, hier im Speziellen aus Liverpool. Ja, dann hier unten sieht man bei den Diamine Tinten immer ungefähr, was da für ein Farbton herauskommt. Besonders hier an der Flasche ist, dass hier nochmal so ein extra Aufkleber drauf ist und da steht drin, dass die Diamine Tinte hier, die Writer's Blood, von den Mitgliedern aus dem Subreddit Fountainpens kommt. Also da gab es dann eine Umfrage. Die Tinte ist demnach eine weitere Tinte der Community-Reihe neben Earl Grey und Aurora Borealis. Im Subreddit konnte man über die Eigenschaften der neuen Tinte entscheiden. Diamine erstellte daraufhin Samples. Nun konnte über die gewünschte Farbe abgestimmt werden. Zum Schluss musste noch ein Name gefunden werden. Hierzu konnte man auch abstimmen. In der letzten Abstimmungsrunde waren die Namen Sherry Noir, Black Sherry and Writer's Blood im Rennen. Persönlich finde ich die ersten beiden Namen passender für die Tinte. Kommen wir jetzt zu einem Schreibbeispiel. Wir haben hier die Writer's Blood von Diamine. Als Papier habe ich hier mein Standarddruckerpapier. Das ist ein 80 Gramm pro Quadratmeter Copy Paper. Und das ist Every Copy Prestige. Und das ist ein Recyclingpapier. So, hier ist ein Online-Füller. Und das hier ist die Extra Fine. Wie ihr seht, fließt die Tinte richtig gut. Und das, würde ich mal schon vorweg nehmen, ist auch ein gutes Plus, dass die Tinte sehr, sehr fließfreulich ist. Das ist aber auch ein Minus, weil, wenn ihr hier mal seht, die Tinte ist mir jetzt in mehreren Füllern ausgelaufen. Wirklich ist mir noch nie passiert, dass die Tinte, also wenn der Füller über Nacht liegend so lagert, dass die ausläuft. Aber hier habe ich es geschafft, dass die Tinte ausgelaufen ist. Also das ist mir im Caveco passiert und in zwei hier von Online. Also, naja. Müsste man jetzt aufpassen, wenn man damit hauptsächlich schreibt. Also, wie gesagt, Fluss ist extrem gut, aber, naja. Wie ihr seht, nicht so schön, dass der Füller dann dreckig wird. Als nächstes habe ich hier ein Caveco Sport Classic mit einer Fein. Und wie ihr schon im Review für die altgoldgrünen Tinte von Rohr und Klinger gesehen habt, schreibt dieser Füller eigentlich sehr, sehr trocken. Aber mit dieser Tinte hier schreibt er richtig gut. Also, es fließt hier richtig schön raus. Das ist aber auch, wie gesagt, das Problem, das so gut fließt, dass ich das Ganze dann auch in der Kappe drin habe. Hier habe ich jetzt ein Medium, auch von Online. Und hier der Füller schreibt sowieso richtig schön saftig und hier mit der Writer's Blood fließt es nochmal so richtig schön raus. Ihr seht auch, dass hier, wenn es trocknet, dann, ja, es kommt hier noch so, man sieht, wenn es jetzt hier trocknet, dass hier noch so ein leichter, schwarzer Schlier mit drin ist. Also so Schlieren sind da mit drin und ein schwarzer Farbton. Und wenn es trocknet, verschwimmt der so ein bisschen, aber dann kommt hier so ein leichter Schieneffekt mit drin. Also man sieht hier schon beim Schreiben, dass sich das dann, ja, gut ins Bild, sage ich mal, einbringt. Also es ist wie Sherry Noir Vets, also es ist eine dunkle Kirschfarbe. Also es ist jetzt, ja, man kann sagen, wenn es trocknet, so richtig schön eine dunkle Kirschfarbe. Also gefällt mir persönlich im Trocknungsprozess richtig gut. Für die breite Feder habe ich jetzt hier auch nochmal ein Caveco Sport Classic. und hier fließt es auch wieder richtig schön. Zu guter Letzt habe ich jetzt hier nochmal eine 0,8 Stub-Feder von Online. Und da seht ihr, da fließt es richtig schön heraus. Und die Stub-Feder hier von Online, die macht auch richtig Spaß zu schreiben. Also die ist schön weich für eine Stahl-Feder. Und ja, in einem Twispy habe ich die auch schon eingebaut, weil ich finde die einfach richtig toll hier, die Feder. Das Video vom Twispy könnt ihr euch auch mal anschauen. Habe ich online gestellt. So, jetzt habe ich hier von Pilot einen Stift. Der schreibt jetzt ein bisschen breit. Das sind jetzt hier 6 mm. Und da seht ihr gleich, wie das ausschaut, wenn die Tinte jetzt schon erstmal breit gezogen wird. Also, wenn mehrere Übergänge jetzt kommen. Also das ist jetzt hier der erste Übergang. Dann kommt hier der zweite und das soll eine 3 darstellen. Denkt euch einfach mal, dass das eine 3 ist. Und jetzt werde ich das trocknen lassen und dann wird dann hier der nächste Überzug gemacht. Also 1, 2, 3. Also der zweite, hier dann der dritte. Und dann seht ihr, umso mehr Tinte aufgetragen wird, wie sich das Ganze dann verändert. Hier seht ihr jetzt schon, wie es langsam trocknet. Und ich würde sagen, es hat hier schon in den Breiten einen burgunderfarbenen Farbton. Würde ich jetzt mal sagen. Man könnte auch sagen, ja, das ist jetzt hier, ja, Chéri Noir, wie gesagt, finde ich wieder passend. Ist auch die Tinte jetzt hier getrocknet. Jetzt kann ich einen zweiten Übergang wagen. Und wir schauen mal, was passiert. Und die Tinte ist auch wieder trocken. Jetzt kann ich hier noch einen dritten Übergang wagen. Solange das trocknet, schauen wir uns mal die anderen Papiersorten an. Hier haben wir das Papier von Leuchtturm. Und ja, es ist, ich würde nicht sagen, es ist jetzt ein Blutfarbton, so wie getrocknetes Blut. Ich würde eher sagen, es geht hier wirklich, also für mich wirkt das hier auf dem, ist ja kein rein weißes Papier. Wenn ihr euch jetzt hier das Papier anguckt vom Copy Paper, dann ist das hier schon, ja, gelbstichig. Und das ist hier schon, ja, ich würde sagen rein weiß. Wo ist es ein Recyceltes Papier? Also gibt es auch mehrere Abstufungen. Ja, es ist mehr Burgunderfarben und sieht jetzt auch nicht aus wie getrocknetes Blut. Also Writer's Blood ist ein cooler Name, aber ich finde, der Farbton dafür ist nicht passend. Cherry Noir oder Black Cherry wäre jetzt ein passenderer Name gewesen, aber okay. Gut. Hier seht ihr dann auch wieder aufgetragen die einzelnen Strichstärken, wieder mit hier Kaweco, da ist auch ein Kaweco, der Rest ist online. Man muss jetzt aber auch sagen, dass die Tinte hier auf dem Leuchtturmpapier ausfranst. Also wenn man sich jetzt hier Broad zum Beispiel anguckt, da sieht man hier schon, dass das Ganze ausfranst. Ist jetzt nicht so schön. Auch hier oben, wenn man genau hinguckt, die Tinte, die verläuft ein bisschen und franzt dann hier aus. Hier in den drei Durchgängen sieht man wieder, hier im ersten Durchgang würde ich auch wieder sagen, es ist mehr so Burgunderfarben, also wie wenn ich jetzt einen Rotweinfleck zum Beispiel auf dem Hemd habe. So sieht es da aus und wird dann halt immer dunkler, je mehr Tinte dann draufkommt. Das sieht man dann auch hier beim Trocknen. Also ich finde persönlich hier vom Swap auf dem Papier hier sieht es wirklich Burgunderfarben aus. Also es ist schon rot, aber es geht mehr in die Burgunderfarben. Also ich würde sagen, sieht aus wie ein Rotweinfleck. Schauen wir mal durch, ob es durchdrückt. Hier sieht man beim Leuchtturmpapier natürlich da, wo jetzt hier extrem viele, extrem viel Farbe gekommen ist. Da drückt es hier natürlich durch und man sieht sogar, es ging jetzt hier sogar schon auf die nächste Seite. Das ist mir hier noch nicht passiert. Hier habe ich zum Beispiel Midnight Blue nochmal getestet. Die wollte ich dann noch in meinem Blog veröffentlichen. Und ja, die drückt natürlich, also das ist meine Standardtinte, mit der ich jetzt hier zum Beispiel in meinem Pelikan immer drin schreibe. Aber jetzt hier zurück zu Writer's Blood. Ja, die drückt hier schon leicht durch. Ein Ghosting habe ich hier natürlich. Also das heißt, ich sehe jetzt hier, was auf der anderen Seite geschrieben worden ist. Aber gut, das ist das Leuchtturmpapier. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, die von der Farbe her ist es, ja, Burgunderfarben. Ja, so in die Richtung. Und sie drückt hier durch, wenn ein bisschen mehr Tinte aufkommt. Da sehen wir gleich, dass das bei anderen auch noch passiert. Hier habe ich jetzt das japanische Butterbrotpapier. Und hier muss man sagen, hier franzt die Tinte auch nicht aus. Hätte mich auch gewundert. Aber die Trocknung seit mir beim Tomoyo River Papier ist doch ein bisschen länger. Aber hier habe ich dann auch so einen schönen, leichten Schienen mit drin. Also gefällt mir persönlich ganz gut. Und hier bei den Tintenflecken sieht man zum Beispiel, dass so ein leichter Grünstich mit drin ist. Also ist eigentlich auch ziemlich cool. Hier auch beim Swap habe ich auch so einen leichten Grünstich drin. Also ist echt cool. Drückt die Tinte durch. Ne. Also jetzt natürlich hier, wo ordentlich Tinte dann hier vom Tintenfleck drauf ist, drückt sie natürlich auf die nächste Seite durch. Aber jetzt hier, wo es geschrieben ist, da überhaupt gar kein Problem. Also auf dem Papier ist es eigentlich safe mit der Tinte. Als nächstes komme ich hier auf dem 80 Gramm pro Quadratmeter Rhodiapapier. Hier sieht er dann auch wieder die einzelnen Strichstärken aufgetragen. Und hier mit dem Swap hier muss ich natürlich sagen, bei dem Rhodiapapier verhält sich der Farbton schon wieder anders. Hier sieht es dann auch nicht mehr wie der Burgunderfarben aus, wie jetzt hier zum Beispiel. Wenn man das jetzt hier die Tinte daneben legt, da sieht man hier schon einen starken Unterschied. Also das hier, ja hier ist mehr rotstichig. Und hier habe ich hier schon so ein, ja so ein Rotweinfleck Burgunderfarbton. und hier auch. Also auf dem Rhodiapapier sieht es anders aus wie auf dem Leuchtturmpapier und hier sieht es auch nochmal anders aus wie auf dem Tomotome, auf dem japanischen Butterbrotpapier. Hey, schwieriger Name. Wie sind die Eigenschaften? Hier auf dem Papier, also ich teste es hier immer auf dem Rhodiapapier, weil auf dem Rhodiapapier schreibe ich auch meistens oder auf dem Oxfordpapier. Oxfordpapier kommt auch nochmal gleich. Hier sieht man auch, hier bildet sich dann auch hier, das sieht man sehr schön bei der Stubfeder. Habe ich hier noch so einen leichten Schienen mit drin, gefällt mir sehr gut. Und hier würde ich sagen, es ist ein schöner Rotton und der Farbton, der jetzt hier getrocknet ist, da könnte man wirklich von ausgehen, könnte getrocknetes Blut vom Schriftsteller sein. Mit viel Fantasie. Hier bei den Übergängen 1, 2, 3 sieht man, der erste Übergang ist noch schön rot und dann hier vom Übergang 2 zu 3 vom Farbbeispiel, da sieht man beim genauen Hinschauen nochmal einen Unterschied, ansonsten sehe ich da keinen Unterschied. Die Farbe ist rot, die Tintenflasche, die ich da benutzt habe, sind 30 Milliliter, kosten 4 Euro. Schimmer hat es nicht, also dass es glitzert hat. Es drückt nicht durch, also außer, wenn da viel Tinte kommt. Und ja, ausfransen hat es, aber nicht auf jedem Papier, auf dem Leuchtturmpapier hat es ausgefranzt, hier auf dem Rhodia-Papier franzt es nicht aus. Es hat ein leichtes Shading, also dass hier so eine Farbschattierung ist, sieht man hier ganz gut oder hier bei dem Medium auch, sogar bei der Fein sieht man hier auf dem Rhodia-Papier das ist ein leichtes Shading, also eine Farbschattierung hier von hell auf dunkel, also das ist dann wie gesagt der leichte schwarze Farbschimmer, der damit durchscheint, der ist dann hier mit drinne und der kommt da gut zur Geltung. Hier bin ich mit einem Tintenkiller drüber gegangen und ja, die Tinte lässt sich nicht wegkillern, aber sie verschmiert halt hier ordentlich. Mit einem Textmarker hier von Stabilo, so einem Standard-Textmarker, wie man den auch im Büro hat, bin ich drüber gegangen und da verschmiert die Tinte, ist jetzt nicht so schön, also würde ich jetzt nicht für mich im Büro nutzen, weil ich das nicht mag, wenn es verschmiert, wobei ich auch keinen nassen, nassen Textmarker benutze, sondern ich benutze eigentlich hier so eine, ja, ich würde mal so eine bleichstiftartigen Textmarker, die benutze ich halt, weil die trocknen halt auch nicht aus und spitze ich an, geht es weiter. Gibt es hier auch ein schmaler, finde ich persönlich besser, da verschmiert auf jeden Fall nicht, weil es ist ein Bleistift, finde ich persönlich besser, aber egal. Ja, dann habe ich hier die Trocknungszeit ausprobiert, hier liege ich ungefähr bei zwischen 10 und 15 Sekunden, wobei es geht mehr hier in Richtung 15 Sekunden anstatt zu 10, also wahrscheinlich 14 Sekunden. Dann habe ich hier einen Wassertest gemacht, ich habe wieder einen Q-Tip angefeuchtet, den ausgedrückt und bin dann hier schön übers Gitter drüber gegangen und die Tinte lässt sich überraschenderweise nicht so gut verwischen, also ich mache jetzt natürlich hier so einen richtig schönen Farbklecks hier drauf, aber ich kann es nicht so richtig verwischen. Wenn ich jetzt hier richtig schön mit Kraft und dem Q-Tip hier drüber rubble, dann ruble ich hier an der Stelle das Papier eher ab, aber die Tinte nicht. Und das ist auch das Problem, was ich gleich haben werde, wenn ich jetzt hier die Kappe wieder reinige, was ich schon mal getan habe, dann hoffe ich einfach noch, dass die Tinte noch nicht komplett angetrocknet ist, weil ansonsten habe ich es wieder schwer aus der Kunststoffkappe jetzt hier die Tinte herauszubekommen. Das sieht hier auf so einem Demonstrator, naja, nicht so cool aus, wenn zumindest dann eine andere Tinte drin ist. Also ich werde die gleich reinigen und dann hoffe ich, geht es wieder ab. Mit viel Kraft und viel Einwirkung geht das wieder. Aber wie gesagt, hier einmal getrocknet ist es schwierig zu verwischen. Also klar, den Farbton verwische ich, aber hier die Linien, die kann ich dann noch gut wahrnehmen. Ja, hier vom Swap, wie schon erwähnt, ist das jetzt hier kein, es ist schon ein tiefes, kräftiges Rot jetzt hier. Sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt war das Oxford Papier noch offen. Das ist das hier und das ist ein 90 Gramm pro Quadratmeter Optik Paper. Hier möchte ich dann demonstrieren, wie das Ganze in verschiedenen Strichstärken aussieht. Also hier habe ich dann das Ganze mit der Online M-Feder geschrieben, hier mit der Kaweco Sport Classic F-Feder, hier mit der Kaweco Sport Classic B-Feder und hier mit der Online 0,8 Stub-Feder. Und man sieht auch hier bei der F-Feder ist die Farbe richtig schön kräftig und auch wenn ich jetzt hier viel schreiben würde, ich kann es sehr gut lesen. Beziehungsweise hier mit der B-Feder, wenn da jetzt hier viel Tinte rauskommt, weil, wie gesagt, die Tinte ist sehr fließfähig. Da ist mir der Farbton schon eher zu erdrückend, würde ich eher sagen. Da würde ich das bevorzugen, wenn ich das hier in einer Fein-Feder schreibe. Auch hier mit der Stub-Feder, hier sieht man, da kam dann auf einmal richtig viel Tinte raus, weil die halt doch so fließfähig ist. Gefällt mir persönlich gesagt nicht. Also man sieht hier auch, dass dann ja doch so ein Shading auftritt, aber weil der dann halt, ich würde mal sagen, eher kleckst, finde ich es einfach schöner, wenn das hier mit so einer Fein-Feder geschrieben wird, dann sieht das Schriftbild dann doch schon für mich persönlich schöner aus, als jetzt hier mit einer B- oder 0,8-Feder. Hier bei der M-Feder, ja, kann man auch noch lesen, aber, also schön fürs Auge, aber ich würde sagen, hier mit einer M-Feder, das ist schon das Höchst der Gefühle. Ich würde jetzt hier nicht in eine B-Feder übergeben. Ich würde eher hier bei der F-Feder bleiben, wenn ich die Tinte benutzen möchte und würde hier nicht weiter als eine M gehen. Kommen wir hier noch zu einem Tintenvergleich. Hier habe ich die Diamond White-Aus-Blood. Ich finde, die sieht ähnlich aus wie die Diamond Anson Copper, wobei die hier, die glänzt hier noch so schön. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und hier auf der Swap-Karte würde ich mal sagen, geht es hier schon, hat so einen leichten lila Farbton mit drin, also die Nuance von Burgunder Farm über tiefes, dunkles Rot ab ins Pink bietet alles. Sie ist hier, ich würde sagen, jetzt nicht von der Swap-Karte, Sondern vom Schriftbild her, also jetzt hier, wenn sie eine dünne Linie hat, also die hier oben habe ich alle, den Text schreibe ich immer mit einer Glasfeder, damit das gleichmäßig ist. Ich würde sagen, hier vom Text her, auch wenn ich den jetzt hier gegenlege, dann würde ich sagen, zum größten Teil ist das schon wie die Diamond Oxblood, die Tinte. Also, wenn ich jetzt Oxblood hätte, dann würde ich mir jetzt nicht nochmal Writersblatt kaufen. Ja, dann kommen wir hier Octopus Burgunder, da finde ich der Farbton auf manchen Papiersorten ist schon ziemlich ähnlich. Dann würde ich hier noch sagen, ist ähnlich Herbin Rouge Grenade. Ist eine ähnliche Farbe, wobei die Herbin Tinte mir besser gefällt von den Eigenschaften als die Diamond Writersblatt. Wie gesagt, die Klext und die Avan Tinten, die sind alle Füller, die sind auch fließfähig, also richtig schön fließen die, aber die klecksen nicht, also trotz, dass die so einen guten Fluss haben. Dann könnten wir jetzt hier vielleicht noch sagen, eine andere Tinte, die jetzt hier auch so ein dunkles Rot hat, ist die Ackermann Dutch Masters Nummer 12 Jan Steen ist eine schöne Tinte. Dann haben wir hier noch Diamond Communication Breakdown, die hat auch wieder jetzt hier so einen schönen Farbton, ist eine dunkle Tinte, wobei geht die hier schon so ins grünstichige und hier finde ich, die geht hier mehr ins Burgunder Farben. Eine ähnliche Tinte hätten wir hier noch Mont Blanc Velvet Red, da sieht man es auch ein schönes dunkles Rot, finde ich persönlich von den Flieseigenschaften und so weiter ist die auch besser als die Writer's Blood. Dann habe ich hier noch Robert Oster Red Candy, da sieht man auch, ist auch mehr so eine rote Tinte und hier wie gesagt, ich komme hier nicht über die Burgunder also hier den Burgunder Farbenen Vergleich drüber, also ja, ich weiß auch nicht und hier hätte ich Graf von Faber Castell Garnet Red, selbst die Tinte würde ich eher sagen, dass die mehr jetzt auf den Namen fixiert mehr ins getrocknete Blut gehen würde als hier die vom Writer's Blood also wie gesagt Writer's Blood habe ich so das Gefühl dass die hier ins Burgunder Farbenen geht und jetzt lege ich hier nochmal die Schrift Proben daneben ja sie verhält sich wirklich auf jedem Papier anders hatte ich so von der Tinte jetzt so extrem wie hier die Diamonds Tinte Hatsch hat man man muss sie ausprobieren anscheinend mit dem Papier wo man häufig schreibt wie sie dann aussieht also ihr kommt nicht drum rum ihr müsst euch die einfach kaufen und selbst ausprobieren es ist keine schlechte Tinte also ich war echt überrascht wie wasserfest die ist oder dass man das noch lesen kann wenn die mit Wasser in Berührung kommt weil Diamant Tinten den schreibe ich gar nicht mehr auf Arbeit weil wenn ich jetzt hier einen schwitzigen Finger habe und gehe dann hier drüber dann ist das immer verwischt worden fand ich jetzt nicht so toll aber weiß dann zum Teil auch nicht mehr lesen konnte aber die Diamond Writer's Blatt wäre wahrscheinlich eine Option aber das Problem hier an dieser Tinte ist naja sie fließt zu gut und versaut einen dann den Füller möchte ich jetzt auch nicht unbedingt haben hier für die ganzen Farbkarten da möchte ich mich nochmal bei Inky Fingers bedanken er hat mir nämlich ein paar Farbproben zur Verfügung gestellt sodass hier mein Arsenal an roten Farbkarten auffüllen konnte und nochmal vielen Dank geht auf Instagram und abonniert ihn einfach mal er macht mal sehr sehr schöne Bilder und er hat wirklich wunderbare Füller daheim und die zeigt auch gerne bzw. arrangiert die auch richtig schön also mir gefallen die Bilder ist quasi Füller Porn Funt Porn ja ich hoffe das Review hat euch gefallen ihr habt die Tinte jetzt mal gesehen und vielleicht ist die was für euch oder wenn er jetzt zum Beispiel Oxplot habt dann sagt er euch sieht fast genauso aus verzichte ich drauf naja es ist eine gar nicht so schlechte Tinte würde ich sie mir nochmal kaufen ne wahrscheinlich nicht dafür ja weiß nicht finde ich sie nicht persönlich nicht schön genug weil ja Fließfähigkeit ist ist mir zu doll und sieht dann doch eher burgunder farmt aus und ja nee war mal schön zu testen aber das reicht auch so wir sehen uns beim nächsten Review wieder wenn es euch gefallen hat lasst bitte ein like da falls ihr noch Fragen habt zu der Tinte falls euch jetzt hier naja ich würde mal sagen noch was auf dem Herzen brennt dann schreibt mir bitte in den macht's gut alles liebe alles gute